Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz von Lundke Winterwitz des Tages. Heute der Penis wie ein Babywitz. Moment, sind wir weit. Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz von Lundke Winter und heute der Penis wie ein Babywitz und zwar ist der von Alexander T. Grüße gehen von Till Grombert und ihr könnt mir auch e-mailen, dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen und der Penis wie ein Babywitz geht so. Geht einer zum Arzt und sagt zum Arzt, Herr Doktor, ich habe einen Penis wie ein Baby. Und der Arzt, ja dann machen sie sich mal frei. Dann murmelt der Arzt, ja tatsächlich wie ein Baby. 50 Zentimeter lang und 5 Pfund schwer. Geht ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, mein Penis ist wie ein Baby. Ich habe so ein Babypenis. Und dann der Arzt, ja dann machen sie sich mal frei. Und dann murmelt der, guckt der Arzt und murmelt da, ja tatsächlich, 25 Zentimeter lang und 5 Pfund schwer. Und die Erklärung, wenn man denkt, der Mann sagt, er hat einen Penis wie ein Baby. Dann ist er so klein wie ein Babypenis, so ein, zwei Zentimeter lang. Dabei hat er 50 Zentimeter lang, so lang wie ein Baby und 5 Pfund schwer. So schwer wie ein Baby. Okay, ciao, bitte abonnieren.